nachgesehen und ich garantiere euch der sieht nicht nur lecker aus der schmeckt auch richtig lecker also ich würde gefühlt am tag gerne drei davon essen aber dann gibt es mich auch dreimal mehr er ist super einfach super schnell wirklich nicht kompliziert den kann jeder viel spaß beim wieder Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.